hier musst du dich wo ich rein bin oder wo ich stehe ich gerade nicht da hinten ja hier musst du herkommen dieses dieses rollton muss eigentlich aufgehen ich hab oben den knopf bedient dort ist ja ich kann da gerne noch mal runter hüppen vielleicht kannst du dich ja auch durchprüfen gut seit 15.000 starfläche bitte wo die steinmann hat plus 1000 weh vielleicht kommen wir gleich zu denen hin er hat ja oben den knopf gedrückt und dann ja keine ahnung so du bist da hinten normalerweise geht hier ging bei mir hier das auto öffnet das ist noch mal ein haufen drin und da ist doch nur drin ja das ist ein halb 15.000 viel spart beim kloppen ich denke mal da kommen wir besser wenn wir hier uns in die wand einschlagen weil da kommen die vielleicht nicht zu gucken dass drin sind nämlich welche genau dahinter müssen wir nämlich genau dahinter müssen wir da hinten ist der loot drinnen und jetzt kommen hier irgendwo von da drinnen kommen und dann von hinter dir hinter dir hinter dir genau das vier habe ich nämlich auch gemeint die kam nämlich auch bei mir und hinten ist ein drohner hier kommen nämlich dann noch ein paar da oben ist der letzte oben links irgendwo ich will mir gleich erstmal gucken was ich hier schickt gibt da ist ja alles nur zu fressen wir sind ja in so einem fressladen drin da ist da glück dass bei dir bloß so wenig waren gellä bei mir waren wir waren jeden wochen haufen grüne dabei und bestimmt die habe ich die habe ich ja schon gehabt die sind ja vorhin die treppe hoch da bin ich ja fast verreckt von diesen explodierfuzzis habe ich jetzt insgesamt zwei stück gehabt vorhin war oben auch schon einer mit zwei grünen und zwei grüne polizisten da hat sehr viel spaß gemacht deswegen habe ich ja auch nach heilung gefragt genau hier bin ich nämlich runter hier bin ich nämlich runter und da kamen die nämlich hinten dann auf einmal alle angeschissen dann bei mir ah ok ja der krieg muss der hier irgendwo ach wir sind immer auf der rückseite hiervon das ist immer noch über uns 23 meter jetzt die scheiße kann ich ja alle sind mir mitnehmen oder das sind medic dingen ja hier bin ich halt wie gesagt vor uns auch gewesen wo ich ja ewig rum gemerkt habe wo ich bis du was gesammelt hast musste raus musste wieder rein wieder raus wieder rein ist da oben in der decke drin der keck das kann sein und du hast ja auch den ganzen scheiß hier nicht gelootet hier alles was hier drin ist ich weiß ich sag ja ich will nur den krassen scheiß haben weil ich schleppe jetzt schon wieder so viel Müll jetzt mit die wir sowieso nicht brauchen ja hier kann ich auch Messing zum beispiel ich habe gerade hier Messing gefunden ich habe hier jetzt habe ich jetzt ernsthaft auf das scheiß Dach wieder jetzt habe ich gerade zum beispiel Messing gefunden vor uns hat es Stiedrische gefunden oh ich habe ja noch ein bisschen bis ich das abgeben muss dann gehen wir noch ab und vielleicht du hast doch schon 5er Quest oder? ich ne noch nicht bei dem Waffenschrank hier oben hatte ich gut Besuch da war zum beispiel bei mir bloß eh ein Bullet drin gewesen der hat gepennt ne da hatte ich diese zwei grünen Springviecher da hatte ich da boah die sind so widerlich as fuck Junge wie soll ich denn da hinkommen jetzt ist der schon wieder unter mir gerade steht der über mir jetzt ist der unter mir wie soll ich denn wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen ich glaube die mögen Tisch 4,7 Meter ist der unter mir 2 Meter genau hier drunter ich kloppe jetzt den Beton hier auf ja der Kick ist genau über dir ja der steht hier irgendwo auf irgendeiner Platte drauf ich sehe den Kick nicht der soll da angeblich sein oh Junge immer diese einen Pieselfiecher ne ja die dann irgendwo rumhängen und dann backen sie am Ende sind schon irgendwo rein und du suchst erstmal eine halbe Stunde wo ist mein Maserati da vorne Junge 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 ist das wieder ein Laden hier ey ihr bist denn da rausgekommen wer ist das bin von unserer Türbegross ja die habe schon so gemacht gell und hat da alles gelootet ich sehe ihn ich sehe ihn Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Oh, er hat's für heute. hat's für heute. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.